Hallo liebe Freunde der Symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zum letzten dieser wunderschönen drei Teile philosophischer Ansätze Zeug. Warum es echt die Hölle sein kann, das Ganze sehr sehr ernst zu meinen, darum geht es heute. Und ich meine das wirklich so, wie es ist. Oder wie ich sage. Aus meiner Sicht heraus, einfach als selbstständiger, freischaffender Musikproduzent, Tontechniker, Musiker, es ist der geilste Job ever. Aber es ist auch der furchtbarste Job ever. Ähm, und das schlicht heraus, für mich selber, und ich rede jetzt nur für mich selber, ähm, aufgrund des Drucks, der irgendwie hinter meinem Ex-Hobby steht. Also, wenn ich daran zurückdenke, als ich Musik rein für den Spaß gemacht habe, war das einfach nur für den Spaß. Ich habe geübt, wann ich üben wollte und, ähm, habe, äh, in Bands gespielt, wo ich Bock drauf hatte und habe Musik geschrieben, wenn ich gerade Lust hatte und so. Als das zum Semiprofessionellen wurde, hat man sich halt im Proberaum getroffen, man hat geübt und man hat geguckt, dass alles irgendwie zusammenhält und, ähm, dass alles vorangeht und es war trotzdem okay, wenn man mal was nicht erreicht hat, was man erreichen wollte. Jetzt schreibe ich Songs, weil ich mir denke, Alter, du solltest mal gucken, dass du den Urlaub nächstes Jahr so ein bisschen finanziert kriegst. Äh, jetzt nehme ich Jobs an, ähm, ähm, auf die ich nicht immer Bock habe oder, oder, äh, wo, wo ich nicht dahinter stehe oder die, die irgendwie Arbeit sind. Äh, meistens macht es mir dann trotzdem irgendwie Spaß, so meine ich es gar nicht, aber, ähm, also aus freien Stücken gibt es so manche Musikrichtungen, die ich hier nicht aufnehmen möchte und gibt es auch, nein, das ist falsch gesagt. Das ist falsch gesagt, weil tatsächlich habe ich Bock an allen Musikrichtungen. Ich weiß nicht, wie ich es charmant formulieren soll. Ähm, gibt es Arbeitstage, die ich aus freien Stücken zu Hause verbringen würde? Sagen wir es einfach so. Ähm, weil die Gründe sind unterschiedlichst, hat auch was mit Launen zu tun und sowas. Ähm. Und das ist eine Sache, die manchmal sehr, sehr anstrengend sein kann. Und vor allem sind Tage verdammt lang. Es ist der geilste Job, den ich mir vorstellen kann. Und das weiß ich auch von vielen anderen Leuten, die sagen, es ist einfach das allergeilste, Musik zum Beruf zu machen. Der Haken ist nur, es liegt hier sehr viel Druck drauf, weil, wie soll ich sagen, wir handeln ja nicht mit einem Produkt. Ne, wenn ich jetzt irgendwo was einkaufe, das verarbeite und verkaufe. Easy peasy. Ich kenne meine Kunden, ähm, habe auch Planungssicherheiten. In so manchem Job gibt es ja wunderbare Planungssicherheiten. Keine Ahnung, auch für Architekten. Also wenn man jetzt in solche freien Berufe denkt, da gibt es Planungssicherheiten, die ich habe. Ähm, als Musiker habe ich das Gefühl, ist es sehr, sehr oft dieses aus allem was rausquetschen. Und es sind viele, viele kleine Projekte, die in sehr kurzen Zeitabständen vorher erst klar sind. Das heißt, ich weiß in der Regel eigentlich nicht, wie es nächstes halbes Jahr ausschaut. Das ist völlig okay für mich. Ich kann damit leben. Meine Frau kann damit leben. Es ist alles cool. Ist es stressfrei? Nein. Und da ist der Punkt, wo ich sage, darum beneide ich mich nicht. Und da ist jetzt dieses Video so ein bisschen als Obacht gemeint. Ja, ich habe eine Weile in Bayern verbracht. Da sagt man Obacht oder Achtung oder, ähm, aufgepasst, aufgemerkt, das ist auch ein schönes Wort, ähm, an euch, die ihr euch gerade überlegt, Musik zum Job zu machen. Vor allem die ersten Jahre sind verdammt hart. Hauptsächlich finanziell und Arbeitspensum. Ihr werdet sehr, sehr viel arbeiten und dann ist es Arbeit. Dann ist auch schon üben, Arbeit. Und sehr wenig dafür rauskriegen. Das ist noch irgendwie jedem so passiert. Weil ihr einfach erstmal in das Loch fallt, euer regelmäßiges Gehalt zu verlieren. Und naja, das sind beim Mindestlohn sind es 1, 2 jeden Monat, die fehlen. Und ich hoffe, ihr verdient mehr. Und 1.200 Euro jeden Monat fix reinzukriegen, kann eine sehr, sehr große Herausforderung sein, gerade im allerersten Jahr. Kann es das allergeilste sein, was man je gemacht hat? Total. Absolut. Und das ist das Wunderbare an diesem Job, weil das, was früher das Hobby war, ist jetzt der Job. Das heißt, ihr habt 8 Stunden Musik oder hoffentlich länger, 12 Stunden am Tag Musik, keine Ahnung. Beschäftigt ihr euch mit Musik? Das, was andere Leute abends im Keller als Hobby machen, macht ihr vielleicht auch in eurem Keller, aber ihr nennt es Job. Ist draußen in der freien Welt mit anderen Menschen manchmal ein bisschen schwierig. Ich meine, die ganzen Sprüche, davon kann man leben, kennen wir alle und ich kann sie alle nicht mehr hören. Aber das liegt halt daran, dass in unserer Gesellschaft ein Beruf daraus besteht, dass man in ein Büro oder in eine Werkstatt geht und dort etwas tut, was einem der Chef gesagt hat. In dem Fall hat man keinen Chef und das ist wunderbar. Man ist ein eigener Chef, das heißt aber auch, man hat die Kunden direkt vor sich. Und der schöne Satz, man verkackt nur einmal, ist leider gar nicht so unwahr. Und auch das wieder ist eine Sache, die totalen Druck aufbaut und was total belastend sein kann. Was aber auf der anderen Seite auch eine unglaubliche, unglaubliche Motivation sein kann. Weil wenn ihr mal da steht und die Scheiße aus dem Ofen holen müsst, dann seid ihr gefordert auf einem Niveau, das im semiprofessionellen Bereich nie auftauchen wird, das auch im Hobbybereich nie auftauchen wird. Nämlich, dass ihr über euer Limit heraus gefordert werdet. Und ich gehe davon aus, dass ihr das schafft, weil sonst hättet ihr auch diesen Entschluss nicht gefasst, Profimusiker zu werden. Und das ist was unglaublich Geiles, was ich so aus den Jobs, die ich bis jetzt hatte, aus den Angestelltenjobs, die ich bis jetzt hatte, nie so erlebt habe. Diese eigene Challenge. Weil zumindest bei mir war es immer so, dass mir mein Chef dann einfach Aufgaben gegeben hat, wo er wusste, die kann ich erfüllen. Und nie Aufgaben, von denen er wusste, die kann ich gerade so nicht erfüllen. Und stellenweise mute ich mir hier selber manchmal ganz schön viel zu. Absichtlich, weil ich daran lernen will. Und das finde ich eine großartige Sache, die ich nur tun kann, wenn ich mein eigener Chef bin oder einen sehr, sehr coolen Chef habe. Was nach meiner Kenntnis irgendwie nie vorkommt. Das heißt, ich, so war das, und ich kann mich nur wiederholen, der geilste Job ist, den ich mir vorstellen kann, ist es auch der schlimmste Job, den ich mir vorstellen kann. Aufgrund des Karrieredrucks, dieses du verkackst nur einmal, sei der Beste, sei der Einzigste, sei der, den die Leute wollen. Beispiel. Beispiel Hochzeitssängerin. Ich habe mal eine Weile Klavier gespielt auf Hochzeiten, das ist irgendwie wieder eingeschlafen, weil diverse Sängerinnen nichts mehr gemacht haben, weil sie Kinder gekriegt haben oder was auch immer. Und es gibt so viele Hochzeitssängerinnen. Und dieser Markt ist so voll. Und das ist so ein toller Markt, weil man relativ schnell, relativ gut Geld verdienen kann. Und das tatsächlich sehr, sehr lohnend ist. Aber du musst verdammt gut sein. Du musst verdammt zuverlässig sein, weil die nächsten fünf stehen hinter dir Schlange. Und wenn du verkackst, dann bist du raus. Und das kann unglaublich herausfordernd sein. Aber auch, kann auch belastend sein. Also ich kenne Leute, die sind daran gescheitert und haben gesagt, nie wieder, nie wieder gehe ich in dieses Haifischbecken. Und es gibt Leute, die sagen, boah geil, hier habe ich es erst richtig gelernt, wie es Business funktioniert, wie ich mich zu präsentieren habe, wie ich es schaffe, dass die Leute wissen, dass ich toller bin als die anderen und mich buchen und eben nicht die anderen. Wenn ihr Profis seid, dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Und lasst mich mal wissen, wie ihr so die ersten Jahre geschafft habt und was ihr überhaupt macht. Und wie ihr das seht, ob ihr euch manchmal an euer regelmäßiges Einkommen zurücksehnt. Und ich sage nie wieder zurück, weil ich sage nie wieder zurück. Ich finde es viel zu geil. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wer weitere solcher Laber-Triologien, Zweiteiler oder auch einfach nur einzelne Videos nicht verpassen will, klickt hier unten auf das Abonnieren, auf den Abonnier-Button. Und wer mir noch weitere dieser wunderbaren Getränke spendieren will, klickt auf Buy Me A Coffee oder auf Patreon. Für zum Gleichen. Ich sage, also nicht zur gleichen Website, aber zum gleichen Kaffeekonsum. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Untertitelung des ZDF, 2020